und das andere direkt da vorne ok mal schauen was der hat wer dieser typ da ist und er will uns eine chance geben ich hoffe mal dass hier diese auto import sache kommt das wäre schön telefon telefon da gehe ich ran telefon es ist für mich und es vibriert auch schön gran turismo ok das klingt scheiße oh nein ach ne nicht diesen scheiß nein kein auto rennen schnapp dir einen schnellen walken und fahr zum start und da muss ich jetzt eins klauen aber was ist los ok ist also von diesen diablo typen ok damit bin ich schnell mit diesem flugzeug da da haben sie keine chance ok muss man schauen bist du hier schnell ok der kann mit dem wespa schlägt und nicht rennen deswegen konnte der nicht rennen da alles klar ja schrei ok ist das hier schnell ja ist nicht schlecht durchaus nicht schlecht ich hasse erinnern das ist echt extrem langweilig so das mag ich nicht aber wir müssen wohl das auto ist ernsthaft schon kaputt ein bisschen verarschen und das ist auch immer klar kommen gerade wieder erinnerungen hoch ja es gibt noch mehrere solcher rennen und da muss man immer ein auto klauen und jedes mal wenn man ein auto klauen muss ein schnelles dann gibt es hier immer nur taxis da ist schon wieder eins da vorne da kommt jetzt hier was anderes und das sieht schnell aus das sieht schneller so könnte ich nehme ich aber ja zu 19 prozent immer nur taxis hier wenn man eins braucht ein schnelles ist auch immer so ok machen wir diesen scheiss es wird rätselnd und noch rätselnder wird wenn wir das verkacken dann müssen wir alles nochmal machen was ist mit dem auto klauen und da hinfahren und so weiter richtiger bullshit ok ich hoffe das auto ist schnell genug wow die haben so einen scheisse ernsthaft das wird ätzen was ist mit dem da vorne los ja mach es kaputt mach die scheisse kaputt und du gehst aus dem weg wow sind die schnell verdammt nein scheißlaterne ah ist ja bullshit ok ich brauche was richtiges hier ich brauche was richtiges und schon wieder scheißlaterne einmal berührt uns schon zehn Meter weiter geflogen ah was ist jetzt gerade los ich glaube ein Reifen ist kaputt das können wir uns abschminken dieser Wagen ist viel zu langsam viel zu langsam und Rad ist kaputt ok das können wir vergessen das können wir doch was vergessen ok Stalion ist echt scheisse das ist ein scheisse Auto richtig beschissen ach du scheisse wow ok ich glaube das haben wir damals auch schon herausgefunden dass das hier ein scheisse ist dieses Auto so hab mich wohl auch immer aufgeregt ah das können wir vergessen das können wir vergessen das können wir vergessen kann ich hier ein neues Auto klauen ah es ist eh schon zu spät wir sind schon überall in Pakistan und zurück bis ich hier mal ankomme am Ziel so schlimm ist es hier ok Stalion ist scheisse so tschüss dann nehme ich dein Auto Auto wechsel so natürlich kommst du jetzt ist das nicht schlimm genug hier natürlich kommen die jetzt auch noch ist klar oh man ich hasse die Laternen hier holy shit sind die ätzend das können wir vergessen wir haben es bestimmt schon abgeschlossen ok wir müssen diese Karie da nehmen die ist schnell so ich sehe ich schon schrecklich genug da kommt das ja auch noch es ist richtig übel so tja und haben sie das immer noch nicht abgeschlossen wie lange brauchen die den oder sind sie kaputt gegangen oder was ist hier los was ist hier los keiner von denen hat das bis jetzt beendet ist das ein Ernst ja halt's Maul so nur Loser machen Rennen nur wer kleine Pimmels hat macht ihr Rennen um zu beweisen dass sie das nicht haben aber es trotzdem haben so läuft das hier ok jetzt ist Schluss jetzt ist Schluss Monster Stunt hui da ist noch ein Fahndungsstern so habe ich es geschafft das habe ich es geschafft schön und dann sind wir hier auch schon hui geil wir haben es geschafft so das war cool Telefon noch mal das ist ein Scheiß ok Sekunde jetzt können wir vergessen dieses Auto da aber sowas klauen wir dann haben wir eine Chance hoffe ich mal ja das stimmt und da will einer fliegen so ach ich hasse Rennen und vor allem hier bei GTA 3 das ist echt ätzend richtig ätzend ja hola Marsch au gib her gib her das brauche ich gib her steig aus so schnauze ok jetzt können wir gewinnen jetzt können wir gegen die Diablo Typen gewinnen mit dieser Karre so ok wir dürfen noch nicht verkacken müssen wir uns von Ampeln fernhalten die sind böse richtig böse sind die so los geht's und ich habe hier einen kleinen Vorsprung ich bin ja ein bisschen nach vorne gegangen wow was war das denn für ein Scheiß du Penner immer nur am Betrügen hä was anderes könnt ihr nicht aus dem Weg da ist ein Rennen hier ich gucke auch aus dem Weg meine Fresse hör auf mit dem Scheiß weg da man ich habe den Scheiß nicht mehr doch man spiele ernsthaft fehlst mich verarschen scheiß Rennen scheiß Auto alles scheiße hier doch machen wir das aus läuft eh nur scheiße hier vielleicht liegt es daran und der fällt auch falsch ok jetzt aber jetzt aber sie brauchen so lange um das zu beenden das heißt hätten wir schon eine Chance da hätten wir schon eine Chance so jetzt bin ich noch dritt ok wollte ich schon sagen habe ich den überholt aber trotzdem noch nicht äh ok so viel dazu ach man so abkürzen so ja das nenne ich fahren genau das hier einfahren lassen man warum sind die so scheiß Typen unterwegs könnte die Straße nicht freiräumen das wäre viel besser das wäre echt viel besser hier verdammt so ok da vorne sind zwei gut mann du Penner nein steig doch aus holy shit bist du doof halt stop bleib stehen ich brauche Auto ich brauche Auto bleib stehen grausen da scheiß super ich muss ein Rennen gewinnen es geht um was ganz wichtiges so was ich auch nicht verstehe aber es ist sehr wichtig ach man so ist echt zum bekloppt werden dalalalalala lalalalalalalala lalalalalalala shit ja Bannerom jetzt ist Krieg dalalalalala alle drehen durch alles wegen diesem scheiß Rennen drehn sie durch sie drehen durch Toll, ich seh sie nicht mehr Richtiger Bullshit, da rass dich aus Hui, ja, es ist nicht mein Fehler Es war nur ein Unfall Ich kann nix dafür, verdammt So, raussteigen Und zwar schnell, es brennt Hör auf zu ballen, ich brauch die Ich brauch die Karre, du Penner Hör auf zu ballen Mann, das ist ein scheiß Typ Ich brauch die Karre hier, die ist wichtig So Okay, dann noch mal Eine guten Tringe sind drei Das ist der beste Spruch So, so ein Scheiße Da hab ich auch lange gebraucht, für diesen Scheiß Scheiß, beknacktes Rennen Niemand mag das So, so ein Scheiß So ein richtiger Bullshit Okay, stehen vorsichtig So Ich werde da vorher keinen Schaden bekommen Keinen Dachschaden Okay, jetzt Vollgas FIFA FIFA Vollgas Und stopp Zwei Eins Hui Ja, mach sie platt Danke Alle guten Dinge sind drei So, aus dem Weg Ja, du Penner Okay Dann mach doch ruhig kaputt Mach doch ruhig kaputt Das ist gut Das ist gut Das ist drück hinter mir Der Penner Und was steht denn da so dämlich froh Mir glaube es hakt So Okay, jetzt wissen wir Äh Stimmt Einmal so hin Dann direkt so hin So So langsam Können wir es auswendig Da können wir so hin Und dann äh Besser kein Risiko Machen wir es so Weg von der Laterne So Alles klar Ist jetzt nicht zu sehen Was soll die Scheiße hier Tor in der Straßensperre Ernsthaft Aus dem Weg hier So, ich will es nicht verlieren Nicht wegen solch Arschgeigen Die hier Dinge tun Im Weg stehen Und so einen Scheiß machen Okay, schön vorsichtig Schön vorsichtig Ja, schöner Rock Hast einen schönen Rock Da links Okay, aus dem Weg Ja, verdammt Und bremsen Jetzt müssen wir hier rein So So, so Nicht so interessant Okay, diesmal schaffen wir es Diesmal schaffen wir es So Gut Wie weit geht die Scheiße noch? Ich glaube, hier ist ein Schluss Ich glaube, hier ist ein Schluss Hoffe ich mal Nein, es geht noch weiter Wo muss ich jetzt hin? Äh Rechts und dann links Alles klar So, und wo jetzt? Da vorne hin Shit, aus dem Weg hier Aus dem Weg Oh, wir haben es geschafft Da ist die Ziellinie Wir haben es geschafft So ein Kack Wir haben es geschafft Äh, ist es ätzend Bitte kein weiteres Rennen Bitte nicht Ich hasse Autorennen so sehr Es ist so langweilig Es ist einfach so langweilig Hm Ja, die O-Bahn ist halt auch noch gesperrt Da können wir noch nichts tun Tja Und zwar in der Hälfte kommen wir auch noch nicht So Ja, irgendwo bei der zweiten Hälfte Weiß ich noch Da war die Mission, wo ich dann aufgegeben habe Irgendwo So Ah, das können wir nicht mehr gebrauchen Tschüss Tschüss So Und mach kein Boom Hm Machst du Boom Äh, hallo Mach kein Boom Los, mach Boom Mach Boom Danke Richtig episch Geil Wir sind ein richtiger Gangster So Das war episch So Beweise vernichtet Alles ist gut Ah, wir haben es geschafft Okay Äh Halt den nächsten Auftrag für uns direkt Da laufen wir mal hin Ich seh nicht weit So Und da ist Party Pipa Party 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 Telefon Telefon Da geh ich hin Bitte kein weiteres Auto rennen Bitte noch Bitte noch Brandheiße Eiscreme Okay I started my exotic Entertainment business With nothing but The sizable contents Of my leather pants A gang of no-goods Has threatened to remove My starring member If I don't pay them a cut They threaten the wrong man Amigo They have a weakness For the ice cream Pick up the bomb I've eaten in hardwood Hijack the regular Ice cream van On its round And lure these fools To their doom With the jingly jingly They hide in a warehouse On Atlantic Cay Oh das klingt cool Oh ich mag Ice cream wagen Ich mag die Holt Jackentasche Oh das klingt cool Aber der Ice cream wagen Wird dadurch geopfert Das ist echt traurig So steigt aus Ich brauche ein Auto So ich muss die Ambitionen Für euch machen So Das ist das hier das Mindeste Dass ihr uns ein Auto geben Okay Wo ist denn hier diese Bombe 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 Ja das wird ja interessant Such dir einen Eiswagen Noch ernsthaft Okay ich hoffe mal Das wird markiert Ansonsten Jetzt hier die Straße absuchen Das wird ja übel Und ich hoffe Wir können das ja auch tun Wir haben ein bisschen Ice cream verkaufen Oder drücken Von mir aus Ich sehe das gleiche Das wird cool Mit diesem Jingle dann So Das wird recht gerne machen Okay ist der da oben Bis dann Ice cream Ice cream wagen Geil So stopp Mann du bist doch ein Vollidiot So weg da Ich liebe diesen Jingle Mr. Whoopi Es gibt Ice cream Ice cream Ice cream Ice cream So funktioniert das hier Will wir Ice cream Ice cream hier Keine Ice cream Okay Ich glaube bei der Mission Können wir das nicht tun Vielleicht später Wenn wir einen finden Einen Eis wagen Das wäre cool So Aber wir machen das ja nur auch Spaß Weil es Spaß macht Machen wir solche Aufträge So Okay wir sind fast da So jetzt schön anschleichen So nicht dass sie schon gewarnt werden Dass einer kommt Jetzt mal schön abwarten Okay und wie genau funktioniert das jetzt Denn ich will die Bombe nicht zünden Wenn ich noch hier drin hocke Das will ich nicht Mit dem Fernsehen doch Okay alles klar Und da kommt schon einer Der was sie will So da kommen die ganzen Zombies raus Es gibt Ice cream Verschwere nicht die Sicht Und alle sind beisammen Was ist mit dir kaputt Stay down Okay was ist mit dir kaputt Warte ich helfe dir So habe ich geholfen Oh geil Die haben Nutzis Ja perfekt Ja perfekt Geil Und was ist da vorne So wir haben es geschafft Geil Nächste Mission Das war leicht Dien ull downloads Qualität Da Ich Ich Die Die